Wenn mir als Kind jetzt einer gesagt hat, dass jemand beim VfB Spiels, hätte ich es natürlich direkt unterschrieben. Alle haben mich super aufgenommen und von daher glaube ich, haben wir hier von echt einen Klasseverein und versuchen natürlich als Spieler alles auf den Platz zu geben. Das letzte Spiel in Paderborn, mein Tor dann, was letztendlich auch gereicht hat, dann zum Klassenerhalt. Und das bleibt wirklich in Erinnerung. Schon in Ingolstadt, dass man 3-1 aufgeholt hat mit einer Verletzung auf dem Platz, auf einem Bein eigentlich. Und wir machen das 3-3 und es war schon sehr emotional. Es ist immer wieder eine Freude, auf jeden Fall auch die Trikots anziehen zu können am Wochenende und auf dem Platz dann Gas geben zu können. Ja, das ist schon geil, vor allen Dingen mit dem durchgezogenen Brustring auch. Dass die Fans sich damit verbinden können und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und deswegen sollten wir die letzten Spiele alles raushauen und den Fans was wiedergeben. Die Geschlossenheit und Verbundenheit von den Fans zum VfB, ich glaube, das ist schon anders wie in anderen Städten. Es gibt nichts Geiles auf der Welt als auf dem Platz zu stehen. Deswegen bin ich stolz, das Trikot zu tragen. Das ist schon geil, das ist schon doll. Das ist schon geil. Vielen Dank.